Wir werden immer älter. Ein Kind, das heute geboren wird, hat eine 50-prozentige Chance, seinen 100. Geburtstag zu feiern. Umso größer der Wunsch, gesund älter zu werden. Innovative Methoden und Technologien können dabei helfen. Welche neuen Erkenntnisse es auf diesem Gebiet gibt und welche Chancen Sie für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern mitbringen, das wurde auf einem Symposium in Rostock diskutiert. Intelligentes Wohnen, medizinische Apps, Sehtrainings, Bewegungssensoren und vieles mehr wurden vorgestellt. Projekte, die älteren Menschen den Alltag erleichtern sollen. Was wir versuchen, sind Systeme zu bauen, die den Alltag so verstehen, dass sie eine Person, die sich durch den Alltag bewegt und dabei an der einen oder anderen Stelle nicht mehr richtig nachvollziehen kann, welche einzelnen Aktivitäten durchgeführt werden müssen, dass das System die Situation erkennen kann und an der Stelle dann entsprechende Hilfestellung bieten kann. Systeme, die sowas im Prinzip können, können wir alle aus unserem Alltag, wenn wir Navigationssysteme im Auto betrachten. Wenn wir anfangen, uns zu verfahren, bekommt ein solches System das mit und gibt uns dann einen Hinweis, wo wir dann am besten langfahren sollten, um dann wieder zu unserem Ziel zurückzukommen. Und genau das versuchen wir auch für den Rest des Lebensalltags zu realisieren. Also in dem System, was wir jetzt entwickeln, geht es darum, dass wir Rehabilitationsmaßnahmen nach Hause bringen. Das heißt, die Idee ist, dass Patienten nach einem Reha-Aufenthalt das System mit nach Hause bekommen. Das ist eine kleine Box, die an den Fernseher angeschlossen wird und dort dann aus der Klinik Reha-Übungen erhalten. Die können sie dann selbstständig durchführen und die Ergebnisse werden wieder in die Klinik übertragen. Die Veranstaltung fand im Rahmen einer landesweiten Strategie des Kuratoriums für Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern statt. Das gesunde Altern ist eines von fünf Themenfeldern, mit denen sich das Kuratorium befasst. Dazu gehören auch Biotechnologie, Prävention, Ernährung oder Gesundheitstourismus. Mecklenburg-Vorpommern als Gesundheitsland mit den beiden Universitäten, in Greifswald und Rostock, aber auch mit einer großen Biotech-Region, die man ja mit Biocon Valley auch so umschreibt, versuchen gerade in diesen Feldern nach vorne zu kommen. Und die Strategiegruppen sind die sogenannten Stakeholder aus den unterschiedlichsten Bereichen der Medizinwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, der Medizin, Krankenkassen, aber natürlich auch Vertreter der Ministerien, die Ideen entwickeln, um in diesen Feldern nach vorne zu kommen. Das ist der große Auftrag des Kuratoriums Gesundheitswirtschaft. Forschungen haben gezeigt, dass längst nicht alle Alterungsprozesse genetisch bedingt sind. Gerade kognitive Fähigkeiten können trainiert werden. Professor Georg Michelsen von der Universität Erlangen informierte über ein neuartiges Lernsystem, mit dem die Sehfähigkeit durch bestimmte Übungen deutlich verbessert werden kann. Dabei erfolgt das Training vor einem 3D-Bildschirm. Die Methodik ist aufgebaut, dass man häufig sich steigernder visuelle Probleme löst durch Gestensteuerung und auf diese Weise wird das Gehirn, also der visuelle Cortex trainiert, um schwieriger werdende visuelle Probleme zu lösen. Das ist so eine Art Training des visuellen Cortex und auf diese Weise kommt es zu einer Verbesserung des Sehens. Speziell, man kann besser stereoskopische Probleme erkennen, man kann besser scharf sehen und man kann besser die Kontraste erkennen. Bei jüngeren Personen haben sich schon erste Erfolge gezeigt. Ob das Training auch das Sehvermögen älterer Menschen verbessern kann, soll jetzt getestet werden, unter anderem in Kooperation mit der Rostocker Augenklinik. In der Demenzforschung hat es vor allem im Bereich der Wohnraumforschung einen enormen Entwicklungsschub gegeben, aber auch technische Hilfsmittel wie Herdüberwachung oder Notfallhandy sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Anders bei Robotern oder Exoskeletten, die körperlich eingeschränkten Menschen helfen sollen. Wie Alf Reuter vom Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik betonte, sei es nach wie vor eine große Herausforderung, diese Innovationen auch alltagstauglich zu machen. Die Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Hilfsmittel, die fehlt. Das wird einen riesen Paradigmenwechsel geben in dem Moment, wo diese Verbindung da ist. Die Forschungen laufen, aber man ist da schon sehr, sehr lange dran, aber man bekommt einfach nicht die Verbindung zwischen der Orthese oder Prothese und dem Gehirn so hin, dass man das wirklich selber ansteuern kann, weil die menschlichen Bewegungen sind so komplex, dass man die mit einfachen An-Aus- oder Vor-Zurück-Befehlen ganz einfach nicht steuern kann. Die praktische Umsetzung der neuen Erkenntnisse scheitert aber häufig auch an der Tatsache, dass die Finanzierung über die gesetzlichen Krankenkassen noch nicht gewährleistet ist. Dennoch, die Veranstaltung hat gezeigt, es gibt einen Markt für innovative Gesundheitsprodukte. Mecklenburg-Vorpommern kann dabei eine Vorreiterrolle einnehmen, insbesondere was telemedizinische Projekte für den ländlichen Raum angeht. Ja, ich denke wirklich, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund unserer Altersstruktur, aber auch eben dem dadurch geschuldeten Handlungsdruck wirklich da so eine Vorreiterrolle einnehmen. Und ja, wir sehen das ja auch dadurch, dass viele auch in der Politik, ich nenne nur, dass die Enquete-Kommission Älterwerden in MV sich auch mit dieser Thematik beschäftigt und wir bei Biocon Valley eben in dieser Strategiegruppe Gesundes Altern. Ja, und wir haben einfach auch landesweit viele Akteure und wir versuchen eben das durch solche Veranstaltungen auch zu vernetzen und uns auch Impulse dann auch noch von außen zu holen, wie durch die Referate heute zum Beispiel. Mecklenburg-Vorpommern war 1990 noch das Land mit der jüngsten Bevölkerung. Inzwischen ist der Altersdurchschnitt auffallend hoch. Doch früher oder später werden andere Regionen in ganz Europa vor ähnliche Herausforderungen gestellt sein. Konzepte, Lösungen und Produkte, die sich hier bewährt haben, werden eine große Nachfrage erleben. Wir sehen uns um wieder auf der чегоher kommen. Untertitel vor…